was geht abgesehen und damit herzlich willkommen zurück zu five nights at freddy's special delivery toy barnys rausgekommen jetzt werde ich schon wieder gestört toy barnys jetzt vor kurzem komplett rausgekommen und ich habe auch noch einen firework freddy köder und ja ich würde sagen wir gehen auch direkt mal rein und schauen uns das ganz mal an weil ich bin schon sehr sehr gespannt darauf wie das ganze hier sein wird schauen wir uns direkt mal an jawohl da man zwei barney die stimme fällt mir schon mal hier in der nähe ich nehme an ich musste maske kommen wow das war das war sehr schnell das war nicht sehr erfreulich sag ich mal so toll barnys wieder hier es wäre deine chance sein absolut zu werden ich bin so doof ich bin so doof das ist das ist mein fehler gewesen das war mein fehler war das jetzt okay wir haben ja noch firework freddy haben wir ja noch so ist er endlich da ich hoffe ich war ja eigentlich relativ einfach von daher dürfte er das hier eigentlich auch kein thema sein okay so spielen wir die rolle also ich lasse mal dass die lampe an ich habe es hier katerin von daher das geht schon ich werde ich freddy mal ein kompletten ding zeigen okay ich sehe schon wie er läuft hier ich sehe schon wie er läuft freddy ja das war doch nicht schlecht das war nicht schlecht da bin ich jetzt ein bisschen stolz auf mich da bin ich so ein bisschen stolz auf mich dass ich zumindest das geschafft habe aber ja das war es im prinzip ich hätte jetzt noch natürlich liberty chica noch aber die hat mir ja den letzten ding schon bekämpft von daher so jetzt gerade wo ich gedacht habe ich hätte genug material gesammelt ja habe ich gemerkt es sind gerade mal nur fünf minuten gameplay material gewesen wo daher widmen wir uns auch direkt den ganz neuen animatrix zu der hier hinzugefügt ist nämlich flamethrower endoskeleton ich weiß wer würde ein endoskeleton mit einem flamethrower bitte schon bestellen das ist doch also ja schauen wir uns das doch direkt mal an ich finde ich spannend so jetzt ist er hier der flaming endo bin mal gespannt wie er aussieht ja komm lass mal an mal gucken mal gucken wie lange dauert bis er angreift na komm ja das hätte mich gerade auf den sieg kosten da hat er mich gerade leicht gelackt da hat er mich gerade leicht gelackt da hat er mich gerade leicht gelackt mal gucken na komm jawoll jawoll alter wow sieht gut aus wow sieht gut aus hey nicht schlecht und das pflichtestil für den endoskeleton hu 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 äh weißt du was Bonny zurück hoch zusammenbauen ja das schauen wir uns doch direkt an ey mal guck mal mal an ist er jetzt unter endo ne da ist er schau doch nur ein was schau dir das mal an wir bitteschön würd sich den wer bitteschön würd sich den würdsich das so machen Schaut euch das bitte schon mal an, ja, wie cool sieht das denn schön aus. Und dann hängt da auch noch zwischendurch das Ding hoch, ja, geil, richtig geil, ey. Schaut euch mal an, ey, richtig cool, hier mit dem Gastank hinten und mit dem Flammenwerfer hier vorne, richtig geil, also hat sich belohnt, ey. Okay, aber noch beden wir das Ganze hier noch mit, weil ich möchte nämlich gern noch einmal gegen Liberty Chica anzeiten. Sehr gut, jetzt ist Chica-Time. Woah, okay. Dass es so schnell ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, sie ist ein bisschen härter als das letzte Mal, da finde ich aber, dass das respektiere ich, das respektiere ich, jawoll. Da ist er. Hm, sehr gut. Sehr gut. Komm schon, gib mir den Flüsch. Kostüm. Ach, schade. Schade, 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 schade. Gut, dann würde ich aber jetzt einfach mal sagen, ich lasse es für heute jetzt erstmal gut sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr habt, dann könnt ihr mich lieb wieder nach Hause da lassen. Schaut nach oben, teilt es mit Freunden und Beganten und dann sieht man sich natürlich bei einem nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.